hier ist wieder was zu lesen auf russisch hier oh Welch komische Geräusche. So, jetzt müssen wir mit der Teilebox natürlich aber nochmal kurz zur Werkbank zu gucken, was das war. Hilft ja alles nix, ne? Na, Schnellladenstufe 2. Okay. So, jetzt nervt mich hier so eine Fliege, das kann man nicht eingehen. So, hier wäre jetzt was für die Bohrmaschine, aber okay. Rubino-Postkassen, das ist ja auch, klingt vernünftig. Bei Fahrschnellen habe ich immer einen Heidenschiss, was da wohl rauskommt. Ja, genau deswegen. Ja. Ja, die Bohrmaschine haben wir ja gerade nicht. Das ist, hm, gut. Um, okay. Eine Flasche. Da hinten steht die Kleine. Kleine Haut ab. Die Tür. Kann ich das kombinieren, flaschentechnisch? Ne, sie hat auch noch eine. Machen wir erstmal Platz ein bisschen. Ich möchte jetzt so gerne eine Flasche haben, äh, Materialien haben, wo ich das, Flaschen und so machen kann. Ja, ganz toll. So. Warte, wir tun dir nichts. Hab keine Angst. Wie heißt du? Wo kommst du her? Hat die Frau dich hergebracht? Wo sind wir? Mann, locker, Claire. Lass mich mit ihr reden. Du hast bestimmt viel Angst. Hab ich doch auch. Ich heiße Moira. Guck. Wir sind wie Schwestern. Jetzt wird alles wieder gut. Wie heißt dein Freund? Lottie. Ihr seid beide so tapfer. Du kannst gut mit Kindern. Komm mit. Okay. Jetzt sind wir die dritte im Bunde, oder? Nee. Du hast es ganz allein geschafft, dich vor den Ungeheuren zu verstecken? Mhm. Tapferes Mädchen. Das wird alles bald vorbei sein. Hör zu. Da ist eine böse Lady in dem Turm dort drüben. Wenn wir sie erledigen, können wir alle zusammen die Insel verlassen. Mhm. Ich mach das immer noch stolz. Den Bären haben wir jetzt mit Barry und ihr nicht mehr. Aber das ist sechs Monate her. Und die läuft hier immer noch so rum. Irgendwie ist da was faul. Irgendwie ist da was faul. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas ist faul. Stoff. Oh, das ist Stoff. Ja, ich hab Stoff. Und hier sind überall dinge Blutflecken. Das macht mich auch irgendwie so ein bisschen... Störrisch. Ich hab's da blinken gesehen. Schießpulver. Kombinieren mit Flasche. Und kombinieren mit... Ich weiß nicht mehr, wir haben so viel. Aber Verbandsmittel kann eigentlich immer die Schaden, ne? Ja, fünf Verbandsmittel werden gut übergeben. Ähm, umarmen? Jetzt kann ich hier nochmal umbauen. Habe ich natürlich jetzt schon alles gemacht. Das brauchen wir ja nicht nochmal machen, alles hier. Okay. Und, okay. Ich dachte, da wäre vielleicht einer die Treppe runtergelaufen. Aber hier ist Speicherpunkt. Okay. Ah, ja. Oh, man sieht das nicht. Ich hab eine Köderflasche, ne? Probieren wir das einfach mal. Nichts. Toll. Einmal verschwendet. Danke. Okay. was da rum los ey? naja komm explodier! danke hi was ist er denn? pass auf! der hier ist anders! das seh ich auch! der halt einfach beim flammenwerfer oder sowas bleib stehen ich hab nicht verzweilen nein 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 echt? ja komm halt noch toll nun bin ich tot okay nächster versuch gut okay du gibst nimmst das ausrüsten tue ich die köderflaschen übergeben er ist die köderflaschen ja gut okay ich bin schon angeschlagen das ist doof da unten ist etwas das 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 Ich muss mich vorher heilen, das hilft alles nix. Ach man, das gibt's doch nicht, ey. Ja, genau, mach mir mal heile. Pass auf, der hier ist anders. Das sehe ich auch. Boah. Scheiße. Ja. 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 ach du küsst die Tür nicht zu bei dem Typen ey fick dich, fick dich, fick dich holen wir das Mädchen heil mich in irgendeiner Form, irgendwie der hier ist anders nicht einfach so Explosionszeug rum ok jetzt auf einmal wir dürfen das Mädchen nicht vergessen ja ich weiß aber ich muss mich irgendwie heilen ich hab nämlich nix bin fast tot also nicht ganz aber sonst liegt hier nix schade hm, na gut, nix äh, Bestandsaufnahme nicht vieles nicht und vor allem, warum hab ich schon wieder die die will ich es ist jetzt sicher kannst du herfinden komm, ich fang dich auf hm, na gut will nicht aufgefangen werden das heißt ja eigentlich jetzt ist sicher der Typ kommt durch die Decke ist gar nix sicher und die Decke ist zu der kann durch Wände so siehts nämlich aus weiter mal los hoppla hin hoppla hin ja, okay ok süßer Bär ist er dein Freund Lottie ist ein Mädchen ich habe sie von dem netten Mann welcher nette Mann der Terrasafe Onkel er hat mich gerettet als ich klein war ob irgendjemand von Terrasafe nicht gefangen wurde mal alles absuchen hier mal alles absuchen hier ne, gut ja, ja da sind wir doch beim Thema alles absuchen und wo kommen wir da ran wahrscheinlich zu lass mich raten ach, da kommen wir grad nicht das wird noch nicht mehr angezeigt, dass wir rein können ok gut dann gehen wir auch halt noch nicht rein ha mein ich bitte hohes Haus, liebe Geschwollenen äh Geschworenen wä? es ist nu? ha 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 Ja, kein Pinsel! Scheiße! Oh, mein lieber kleiner Gregor! Nicht schummeln! Verdammt! Verdammt, komm schon! Gelb! Scheiße! Nein! 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 Gabe, sofort raus da! Unsere Rettung ist der Tod. Aber nicht dieser. Gabe! Eine Schande um euren Freund. Aber ihr seid härter als ihr. Ihr verliert nicht die Nerven. Oder? Claire? Das Mädchen ist weg. Ergebnis B. Na ja, nicht so schlecht. Aber, äh... Na ja, gut. Hey, Fenix! Äh... Weiter geht's. Und noch gehen eben die Fähigkeiten eben noch. Und dann, glaube ich, werde ich diese Folge auch schon wieder beenden. Aber Fähigkeiten mache ich eben noch. Mal gucken, was uns jetzt lohnt. Das auf jeden Fall. Obwohl ich's üben muss. Und... Das auch. ... 3.000 geht jetzt noch. Okay. Ähm... Hhhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm... Ja, kann man nochmal machen. Beleben Sie tödliche Schläge. Auf jeden Fall. Gut, wir sind auch schon viel dazugelernt. Gut. Ich sag jetzt einfach mal, ich beende das Spiel, die hier gespeichert ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Barry wieder. Und ich glaube, da wird sich noch so ein... Was bisher geschah, werde ich nochmal einspielen. Und dann denke ich mal, ich hoffe es, dass es kommt. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Und lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da, lasst alles da am besten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.